Eine Gruppe Soldaten. Hattet ihr erwartet, dass ihr ohne Blut und Tod habt? Ein sinnloser Krieg. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Die armen Teufel von Mord. Verlierer wie wir. Und eine Brücke in eine spätere Zeit. Wir haben keine Wahl. Jemand von uns muss vorgehen. Hobel! Zurück! Mein Großvater war auch dabei. Er hat es als einziger überlebt. Krieg. Wofür ist er eigentlich gut? Die alten Leute haben gesagt, hier würden sich bei Vollmond Geister rumtreiben. The Living and the Dead. Am 21. Mai bei Kinowelt.TV. Echte Filme. Die Filme. Die Filme. Die Filme. Die Filme.